Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 25. August 2022. Ihr hört die Geek Talk Daily, 1237. Und heute habe ich die folgenden Themen für euch. Apple Wallet, Fitbit, Plex, Yandex und Pixel Watch. Irgendwie ein bisschen wearable-lassig, obwohl nicht ganz. Russland ist noch mit dabei und ein, und da beginne ich gleich, Beta-Thema. Vorgestern hat nämlich Apple die iOS 16 Beta 7 rausgehauen und auch die iPad OS 16 1 Beta 1, um das genau zu nennen. Und da hat Apple was reingemacht, was eben nicht heisst, dass es kommen muss, aber aktuell ist es so mal drin. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es so passieren wird. Ja, Apple hat die Apple Wallet deinstallierbar gemacht. Apple hat in den letzten paar Jahren immer mehr Apps, System-Apps, die tief integriert sind, immer mehr aus dem System rausgelöst und deinstallierbar gemacht. Das muss ja auch Google so tun in Android, weil es da immer mehr Klagen in die Richtungen gibt. Und deshalb denke ich auch, dass Apple das hier macht, was das für Auswirkungen hat. Und ja, ob man es dann wirklich auch deinstallieren kann, wenn man Notfallnummern und etc. solche Dinge nutzen möchte. Doch nicht stimmt Notfallnummern, ist beim Health drin. Aber ja, wenn man eben bargeldlos bezahlen möchte, braucht man natürlich die Wallet. Genauso für Tickets und so weiter. Dann habe ich euch in der letzten oder gestrigen Episode erzählt, dass Fitbit neue Geräte vorstellen wird. Ich habe gemunkelt auf das Sense 2, das Inspire 3 und der Versa 4. Und ja, was ist gekommen? Genau die drei Geräte. Und was ist neu? Nichts, also doch schon einiges. Aber das, was eben ich schon da als Leak verkauft habe oder gesagt habe, dass es da anfangs des Monats ein Leak gegeben hat, das hat alles zugetroffen. Die Geräte schauen genau so aus. Das kleinste, das Fitbit Inspire 3, ist das Original. Das kleine, dünne, mit dem man Schritte sammeln kann. Das schaut ein bisschen schneller aus, zumindest im Video. Aber der Bildschirminhalt ist immer noch sehr limitiert. Dafür ist das Teil sehr günstig. Im Vergleich zu anderen Lösungen fast schon wieder teuer. Es ist nämlich bei 99 Euro. Im Verkauf soll es landen. Da gibt es von Huawei und von anderen Herstellern deutlich günstigere Modelle. Aber es ist und oder soll besser in das Google-Universum eingebunden sein. Dann gibt es die Versa 4 und eben die Sense 2. Bei beides sind zwei Smartwatches. Die Versa 4 ist das untenrechtsmodell. 229 Euro mit Dingen, die man in so einem Teil drin hat. Wie es taugt, weiss ich natürlich noch nicht. Kann ich erst sagen, wenn ich die Dinge wieder mal testen würde. Mal schauen, ob es die Möglichkeit gibt. Obwohl, ich habe schon lange keinen Kontakt mehr mit Fitbit, seit die mir da mal in den Garten gehen. Lassen wir das. Genau, auch vorgestellt. Und das war's, kommen wir erst zum Schluss. Dann gehen wir rüber zu Plex. Für all diejenigen, die unter euch einen Plex-Account haben. Das ist die Möglichkeit, um ein eigenes Smart-Media-Center zu Hause aufzusetzen. Da sollte man unbedringend das Passwort ändern, wenn man da dann ein Konto hat. Und gleichzeitig solltet ihr auch gleich noch die Two-Step-Verification aktivieren, um das Ganze besser abzusichern. Wieso solltet ihr das tun? Plex hat per E-Mail informiert. Sie wurden Opfer eines Angriffes. Es wurden Benutzerdaten, E-Mail-Adressen, Nutzernamen, sowie die verschlüsselten Passworte rausgefischt. Die sollen gut genug verschlüsselt sein, aber man weiss dennoch nie. Und deshalb rät nicht nur Plex, sondern eben auch ich jetzt hier. Ändert eure Passwörter, wenn ihr dann sowas nutzt. Yandex, habt ihr das schon mal gehört? Wahrscheinlich vielleicht nicht oder eben doch. Yandex ist so das Google von Russland. Nicht nur, weil die eine Suchmaschine haben. Die haben auch ganz viele andere Dienste, wie Karten, Lieferdienste und so weiter und so fort. Und teilweise hat Google ganz, ganz stark in die Richtung geschielt und sich da auch sehr gross eingedeckt mit Ideen und Möglichkeiten, um nicht Kopier zu sagen. Und der hatte schon lange zu kämpfen. Zum einen logischerweise gegen Google, zum anderen aber vor allem in Richtung Putin. Denn Putin hätte gerne alles unter Kontrolle. Und die News-Plattform, die er hat, die war denen immer schon ein Dorn im Auge. Gewisse Zensur haben sie zulassen müssen, damit sie nicht mit dem Staat Problem bekommen haben. Was ist jetzt aber passiert? Durch den Einfall in die Ukraine, nee, durch den Angriff auf die Ukraine, ist die ganze Arbeit zunichte gegangen. Die Einnahmen sind zusammengebrochen und man darf ja nicht mehr richtig News aggregieren. Und somit ist das natürlich auch nicht mehr interessant. Was ist jetzt passiert? Der junge Herr, der Besitzer von Yandex, der durfte, schrecklich, musste verkaufen. Und wer hat gekauft? Also quasi der Staat, Staat, Väterchen Russland, wie es so schön heisst. Oder genauer gesagt VK. Früher hieß das noch V-Kontakte. Das ist so das Facebook von Russland. Es hat noch ein paar andere Dinge, wie eine Art Instagram und eben auch ein YouTube von Russland etc. Die wurden damals vom staatlichen Gazprom Bank sowie vom Versicherungsunternehmen, der Name fällt mir jetzt nicht mehr gerade ein. Die beiden haben die Mehrheit übernommen an VK und jetzt eben haben die auch das Unternehmen hier übernommen, respektive die News aggregation und führen das Ganze weiter. Ihr könnt euch natürlich vorstellen, was da jetzt für Nachrichten da über den Äther gehen. Der Chef hinter Yandex darf aber oder kann noch weitermachen. Er verkauft das in seinem Sinn, in Anführungsschlusszeichen, gut. Sie haben gesagt, die News waren eh ein Klotz am Bein und sie konzentrieren sich jetzt vor allem auf die Essensauslieferungen und die Beförderung, also quasi Uber und so ähnliches. Ich bin mal gespannt, wie lange das gut geht da in Russland. Und das gute Letzte habe ich noch Neuigkeiten zu der Pixel Watch im März oder April dieses Jahres vorgestellt. Damals schon veraltet, aber optisch spannend. Ja, jetzt ist sie noch älter und kommt erst in zwei Monaten oder eineinhalb oder keine Ahnung wann. Während dem Fitbit-Event hat man natürlich auch ganz kurz ein bisschen was darüber erzählt, dass da gewisse Fitbit-Geschichten mit einfließen werden. Neu weiss man jetzt auch, dass es eine LTE, also eine 4G-Version von dem Ganzen geben wird, sodass man die Uhr auch ohne Smartphone bedienen kann. In diesem Sinne, das war es mit den heutigen Neuigkeiten. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Euch einen schönen und erfolgreichen Tag und wenn ihr mögt, wir hören uns bald schon wieder. Tschüss, euer Pogipsi. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.